hallo und herzlich willkommen so lego die sie super Williams und zwar wir machen mal weiter mit der zweiten mission das ist schön wie das erste mal weil ich habe ja ein spielzeug so dann ist der LKW hier unten dann bauen wir mal das zusammen dann brauchen wir dort 1 2 3 und 4 jetzt so dann müssen wir da hin schaut irgendwie lustig aus so haben wir jetzt einfach mal ein paar Darts wieder schauen wir mal das aus ups this so genau krieg das da rüber dann brauchen wir die Harley Quinn so dann haben wir das einmal komm da brauchen wir jetzt dann sehen wir da mal dran äh stimmt böse sein ist net steht da drin so was muss er da jetzt machen ok da muss man das handbauen ok gut so das aufladen naja ich wusste ja gar nicht dass dieses spiel ja ab zwölf jahren ist wo ist das jetzt schon sammeln wir jetzt die fabelhaften halunken ein die uns bei unserer mission helfen werden ja ja jetzt sonst kaputte zähne ja komm ich will mal weitermachen ja das handy interessiert mich eigentlich ein wenig öffnet sich das handy immer automatisch dann ja 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 das ist alles ja ne ja 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 das ist die ja ja mir ich brauche ein bisschen so dann müssen wir weiterfahren alter den nervenfeuer und steuerung ist so komisch einfach weiter aber ich habe ein rätsel für euch wer von euch wird zuerst müde und gibt auch ein bad man 3 auch in dieser cool die grüßfragen und so geht es heute mal um zeiten was du nicht sagst warum sollten sie das ich glaube du bist selbst nicht mehr ganz da eine böse justice das glaube ich erst wenn ich es sehe ja es ist immer so blöd zu steuern das nennt man stehen kriegen wir nur die polizeiraum das ist irgendwie schuldig können wir uns nicht irgendwie einig werden sieht aus als wäre der gute doktor erwischt worden vielleicht könnte etwas lachgas die kopf vertreiben und die befreien so dann müssen wir einmal das nehmen und das da rein dann nehmen wir mal die harley quinn tun das befreien so das kann ja nur das schocker stimmt so zwei von drei dann müssen wir weiter hoch wo ist denn das wieder wo ist denn das wieder Okay. Was soll er das sein? Das dritte wieder. Ah, da. Doch, so einfach, doch so schwer. Ja, lol. So, dann stößt du das mal da rein, wa? Wo ist jetzt der Zuckerwürfel, um sie zu verabreichen? Was hat das mit der Zuckerwürfel zu tun? Ja, mit uns doch immer. Oh, komm, schau. So. Wir sind fast da. Schön lächeln, Leute. So, dann setzen wir mal die Geschichte fort. Nach zehn Minuten Aufwand. Oh, Mann, 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 Mann. Also diese Folgen gehen in der Menge Dinge. So, dann hören wir da mal zu. So, dann hören wir da mal zu. wir tun alles was wir können um der gefangene aus dem transport dazu gebe ich keinen kommentar ja sie sind noch auf der flucht hier habe ich direkt mit dem tresor ich muss los ich komme zu spät zum essen mit meiner tochter report da hat er wird um das spielzeug wenn ihr fertig seid das essen muss warten Oh, nein. Keine Ahnung. Da kann die Hexe nämlich durch. Oder der. Wer ist da wieder? Playface. Okay. Ja, den Namen muss man sich schon ein wenig merken. Ja, dann tut man sich für Platin nämlich dann auch leichter. Okay. Okay. Oh, oh, oh. ja okay ich glaube der hitler konnte es auch oder ja genau nein das sind die bilder scheiße kann man das auch abbrechen jetzt haben wir eigentlich verstärkung wiederholen wenn wir an ihm vorbei sind aber das kann man ja glaube ich wiederholen dann so dann machen wir mit der story weiter ist ja klar wenn du hast denn sonst so dann waren wir test zusammen aber aber So, dann werden wir da das suchen. Das ist ja ähnlich wie von Jurassic World. Ach, bitte. Sind die Leute es nicht leid, es mir zu leicht zu machen? Weiß ich nicht. Ich habe das hier. Ja? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! So, dann haben wir den Angst an Geschüchter. Dann betätigen wir den Schalter. Ja, man muss. Solltest du auch beeindruckt sein, Riddler. Los, geht hier. Oh. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wir können ja auch von innen das eigentlich zerschlagen. im endeffekt da waren wir den rittler gegner den eigentlich wieder groß das ist gut so stellen wir das mal ein paar mal das mal zusammen dann waren wir das mal zusammen dann gibt es das hoch so haben wir das schon was was wir da ist genau morgen mit dem sandmann ok es hat das ganz kurz geistrücken ok da kannst du verwandeln auch gleich wieder fand man hätte das eigentlich checken müssen so dann gehen wir da mal weiter da brauchen wir wieder den rittler weiter in der kriegst du drauf gehen da rein kommt da raus also der hat eine kleine dann mittel und groß ok ich spiele zwar die hauptrolle aber hierbei brauche ich noch ein paar statisten das ist das ganze hoffentlich wenn nicht wird es jemandem sehr leiden dann kommt der aufzug nach oben ok hat automatisch gewechselt wieder so dann drücken wir mal da dann geht es jetzt schon wieder weiter ja schöner roter gewillt die beweise bringt ihr nirgendwo hin ach nein ich habe ein rätsel für dich was hat zehn leben und drei gesichter wir wir wollten doch nur unsere alten sachen zurück ok 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 das ding bin ich irgendwie nicht gleich servus und geht es euch ich höre das so was haben wir denn da sieht aus wie mein ticket nach draußen dann gehen wir mal da rüber ich bleibe hier und helfe ich nehme mein neues spielzeug und ja okay leute die show ist vorbei macht keinen ärger wir haben alle noch anderes zu tun ja ja was zu tun warum denn das muss ich doch jetzt machen weiter also der ist ein flugzeug das ist aber irgendwas ich muss ich habe meine platte zu verletzt ich habe sehr lang gemacht außerdem die stadt war auch okay ja da war doch irgendwas mit dem klavier oder oder auch nicht oder später ja 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 Oh. Ah ok So the vomit in Hitler Das werden nur ein kleines Nest für dich, bevor ich gehe, Vogeljunge. Hoffentlich gefällts dir. Ah komm, schau. Ah, ist so mit dem Nächsten. So, und dann bauen wir das mal zusammen. Hm. Hm. Ah, da brauchen wir ja drei. Ah, da brauchen wir ja drei. Ah! Was ist das? Will da etwa jemand in mein Etablismus einbricht? Ah, da brauchen wir ja drei. Nee! Du weißt schon, dass du auch unter der Tür durchrutschen kannst, oder? Tja, hier, jetzt, wo ihr hier seid, könnt ihr mir bei meinem Fledermausproblem helfen! So, dann... rutsch ich mal da ein bisschen rüber. Schmeißen sie es da runter Das ist aber mit dem Klavier Jetzt weiß ich es auch wieder Oh man Was ist passiert Pinguin Pinguin was hast du getan So na na wo wird der Streiter zerstört haben Ach ihr und feuer Show oder irgendwas Ja wie Ah unten rechts zeigt das an Okay das wirst du bereuen Ach Leute das hier dauert schon lange genug Ich nehm das langsam fast persönlich Ja sollte es ja auch Das ist geil Ja lass mal weitermachen Jetzt muss ich diese schönen Steinchen in meine Kallen kriegen Das ist mein Bonus dafür Dass ich zwei Mitglieder von Beckmans kleiner Familie ausgeschaltet habe Ja Okay aber beeil dich Wir sind schon zu lange Da haut sie die Polizisten ab So dann fahren wir mal das zusammen So Ich kümmere mich drum Mach mal auf Wow Wie geht es so ein bisschen quick Geht jetzt gleich runter oder was Runter High gleich So Passt Oh So Hallo Kätzchen Hm, schick. Dafür krieg ich ein paar Mäuse. Äh, sicher. Er gehört dir. Haulman, Commissioner Gordon, GCPD. Tolle Arbeit. Schurken, was? Dachten wohl, ohne die Justice League könnten sie machen, was sie wollen. Haben nicht mit Helden wie dir gerechnet. Hä? Das sind wir. Helden, 100%. Wir sind durch und durch gutmütig. Bring diese Schurken direkt nach Arkham. Der sicherste Ort. Ist alles okay? Ja, klar. Es ist nur so. Batman verschwindet sonst immer einfach. Plötzlich. Oh, natürlich, klar. Kein Problem. Na, vielleicht läuft das ja so auf Erde 3. Das war die Garderobe. Nicht der Ausgang. So. Dann haben wir die Mission. Böse sein ist nett. Fertig. Ja, das haben wir leider nicht geschafft. Leider nicht. Das machen wir sowieso. So nennt. Rodenzstein haben wir leider auch nicht. Das Bild haben wir leider. So, dann bekommen wir wieder neue Karriere. dann haben wir den mittel auch klassisch schluss, scare, throw, true face, bad girl, nightwing wie soll man es am besten machen ja stimmt anders da geht es ja auf geschichte fortsetzen gehen die halle des schreckens, heimat der legion des schreckens hallo kötzenfreundin, wer ist das? bekanntschaft von lex, eher schweigsam von der scheunsorte was? na los, wir müssen wichtige entscheidungen treffen lex ist erst seit ein paar wochen weg und der ganze laden geht vor den wunden wir treffen hier wichtige entscheidungen auch ohne lex, loser so, umbestellen wir wir lassen jetzt halt jeden Deppen mit Kostüm in die Hallereien immerhin bist du hier, Heatwave aber dieser Frischling ist echt ziemlich gut so wie das Justice Syndicate loslegt können wir jede Unterstützung gut gebrauchen ich bin eben diesem dümmlichen Federvieh-Aulman entwischt aber sonderlich heldenhaft war er nicht gerade sie haben mein Versteck zerlegt und meine Hand lange erledigt oh nein, oh nein, oh nein das war ein ziemlich guter Monolog interessant falls sie doch nicht so gut sind, wie sie selbst behaupten könnten wir das ausnutzen? etwas von ihrem verdorbenen Wesen zu enthüllen würde sie uns definitiv vom Leib halten und wir könnten ungestört unseren Geschäften nachgehen ohne Beweis allerdings ja, ohne Beweise Harley Quinn hat doch was komisches gesehen als Luba aus Strikers ausgebrochen ist aber Harley ist verschwunden hast du was gesehen? was ist mit der anderen Erde, von der sie stammt? Erde 3 können wir da hin und umschnüffeln? hm, wäre eine Idee und wie kommen wir da hin? mein einstiger Erzfeind, Flash hatte Zugang zur kosmischen Tretmühle von Star Labs damit komme ich zur Erde 3 ich bin im Handumdrehen dort und wieder zurück alles klar nimm Heatwave, Captain Cold, Merlin und die Quasselstrippe mit in der Zwischenzeit versuche ich Harley Quinn aufzuspüren Geil, Musik es wird Zeit, Metropolis einzuheizen auf zur Bahn ich glaube nicht, dass sie uns noch mitfahren lassen nicht nach dem letzten Mal ist doch egal, was sie denken wir können trotzdem damit fahren Merlin, kommst du mit oder babysittest du den Neuling? bringt euch nicht in Schwierigkeiten, ihr zwei wir haben einen Job zu erledigen ach, das nehme ich mir so, dann kriegen wir noch Charaktere lassen wir noch schnell speichern aber mich würde jetzt auch freuen, wenn ihr auch ein Abo dalassen werdet und mich damit unterstützt und ja, dann bis zur nächsten Folge geht's 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 geht's